Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ja, wir müssen... Nee, da nicht da rein. Da hoch müssen wir. Hey, wie läuft's? Ich hab grad ziemlich viel zu tun. Ja, bist du gut beim Sabat? Was? Äh, ja, ich bin aus Canto Bight. Gut. Ein paar Leute wollen im Makal um hohe Einsätze spielen. Nimm ihnen ihr Geld ab. Das wird vermutlich gar nicht zur Antwort. Er hat persönlich eine Partie gespielt. Ich war ziemlich überrascht, dass er nicht gemogelt hat. Warst du schon mal von... Das ist aber nicht hier, oder? Und da ist auch nicht Elena da. Jetzt hab ich da Pfeil nach oben. Da hinten. Sie sehen aus, als würde Ihnen ein kleiner Einkauf guttun. Ich melde mich, wenn sich was ändert. Ein umfassendes Orgiment erwartet Sie! Da hinten. Okay. Die Händler haben wir immer noch gelöst. Ja, die müssen wir sein Zeug noch bringen. Ist da drin, oder? Mal den schon gelesen. Mal den schon gelesen. Ja, das kommt mal, als er bekannt war. Ich glaube, hier ist immer ziemlich richtig. Ja, da hat man Platz besetzt, die Sau. Avelien können wir hier nur... Ich schaue bloß, ob ich hier noch was finde an Informationen. Das ist sie! Das klopst, Alter. Werden hier ist bestimmt... Was sollten die sein? Schlangen oder was? Ihnen das eine ist, Alter. Darf ich jetzt da rein? Ganz ehrlich, bevor wir da was anders machen, jetzt kann ich nämlich da rein, würde ich gerne... Bevor ich das wieder versauen, wo war denn das? Ach Gott. Die Hegerin, genau. Das hier. Ist nämlich da drin. Da bin ich vorhin ja bloß mit Schwierigkeiten rein und wieder rausgeflogen. Und das wäre so... ...das Einfachste hier. Ich versuche natürlich, Krems und Tauners da... ...auf 100% zu bringen. Zumindest kann ich was verkaufen. Kaufen, was hast denn du da? Das kann ich sowieso kaufen, ne? Und das ist Bestand der Fraktion. Das kaufen wir auf jeden Fall. War mir ein Vergnügen. Und... Ich muss natürlich aufpassen, wo ich rumschnüffel. Was ist das? Hab ich schon. Du musst sofort umkehren. Er konnte es kaum erwarten, alles zu erzählen. Das ist Samurai. Ganz leise, kleiner Freund. Ich gehe aus herum. Also hier darf ich trotzdem nicht rein. Was ist das? Ah, okay, alles klar. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Aila Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit ihr reden. Weißt du was? Wie du willst. Aila, ihr fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ähm... Ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tech. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Wes, was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gesund ist. Da, ganz vorsichtig. Blödes Vieh. Nix, hilfst du mir mal? Hast du was Kleiner? Wo kommst du denn jetzt durch her? Alles sauber. Vielleicht kann ich ne Pause machen. Aha, da werden wir auch reinkommen. Ja, ich bin dran. Bin ich fertig. Ich bin da hoch? Oh. Nein. Ich kann nicht allzu lange hier draußen bleiben. Leide benutzen? Ich soll mir meine Läden ankucken. Was sind wir denn hier? Ja, ihr alles sauber. Nee, von hier aus wollen wir das rein, guck mal. Eine Schlüsselkarte kriegt. Hm, interessant. Ich habe gehört, dass jemand die Statistiken gehackt hat. Das verbauten die mir sauer. Bei ihr fahrt hier jetzt, als der absolute Außenseiter da steht. Ich frage mich, ob mein Kontakt in der Nähe ist. Schlüsselkarte benötigt. Ich dachte, wir haben alle. Was haben wir denn hier? Vielleicht kann ich ne Pause machen. Zum intrigeligen Hacken. Oh, scheiße. Auf jeden Fall schon mal eins gefunden. Okay, wir haben schon mal zwei. Sehr schön, dann haben wir hier das und das. Ist genau andersrum jetzt gewesen. Was ist denn hier, ey? Ich kann hier nichts tun, ne? Also, alles schon mal bei. Ruhig und friedlich hier drüben. Ganz schön fies Uhr. Aber wer ist denn da drin? Nichts langweiligeres als ne Observierung. Wo kann ich hier die blöde Schlüssel gerade denn her? Ich kann nicht ganz so lange hier draußen bleiben. Nicht doof. Warte mal. Nichts, den Hebel. Wir schleichen sie natürlich da wieder irgendwie andersrum. Außer einer Neugier guck ich da mal. Ich muss lieber da raus. Gut, es ist nichts Böses passiert. Wer von euch hat ne Schlüsselkarte? Ich glaub, ich hab euch alle schon begrapscht. Da geht's auch hoch. Fast Zeit, Kontakt aufzunehmen. Hey, hol's dir. Moment mal, wie sie aussieht. Eine Granate war das? Der könnte zu mir. Der hat auch noch was zum Stehlen, okay. Bei mir ist alles ruhig. Ach, war ich die Wichtknüppel, doch, ne? Nix. All die Beute. Moment, halt. Toll, Roma. War hauptlos eine Granate. In die Tasche, nix. Was ist das? Alles aber. Nichts. Ähm. Ich hab dich bemerkt. Schau leise, Kumpel. Können wir es da, ja. Das Ganze rumstehen macht mich. Ich muss meinen Kasten aufrüsten. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Gönnchen, wie los. Was? Hast du was anderes wie Granaden? Ich sollte meine Zerberg-Partie suchen. Ähm, blöde Frage. Wie kommt man hier wieder raus? Ging's da nicht irgendwo raus? Wer lässt sich so'n blöden Weg anfangen? Und die haben wir auch schon gepäckt, glaube ich, oder? Nein. Nein. Dann pick Lauma-Tee nur noch. Nix, bei bloß Granaden. Zugangskarriere ist aber nicht schlecht. Hast du's geschafft? Äh, ja. Aber da ist noch ne Kleinigkeit. Was denn? Toddens Buchhalter ist auf meinem Schiff und braucht Schutz. Er kennt alle Geschäfte, die der Gouverneur an Mirogana gemacht hat. Das kommt unerwartet. Ich schicke sofort jemanden, der ihn abholt. Also heißt das, ich krieg jetzt endlich alle Geheimnisse von Crimson Dorn zu hören? Nur eins. Die Kopfgeldjägerin, die deinem Todesmal hinterherjagt, heißt Vale. Sie ist berüchtigt. Ha. Das heißt wohl, dass ich auch berüchtigt bin. In diesem Geschäft ist es besser, anonym zu bleiben. Okay. Waka, Borsnock wird abgeholt. Und ich wurde bezahlt. Welches Teil brauchst du als nächstes? Ich kann nicht mehr auf diesem Mond bleiben. Ja, ja. Eins nach dem anderen. Bevor wir den Hyperantrieb reparieren können, musst du deinen Gleiter verbessern. Ach, komm schon, Waka. Das hab ich doch schon. Warum ist das wichtig? Das wirst du schon sehen. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Du machst dir langsam einen Namen, Kay. Weißt du, was das heißt? Dass ich dringend von Toshara weg muss? Hm. Das heißt mehr Arbeit. Ich hab ne hübsche Liste mit Aufträgen für dich. Und nicht nur ich. Viel mehr Leute wollen dich jetzt anheuern. Oh, danke, danke. Danke, danke. Hey, Wes. Such mich im Makal auf. Ist das eine Drohung? Ein Friedensangebot. Okay. Verkauf nur das Beste. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Natürlich wäre natürlich das mit der Hacker denn nur Stil, den Sequenzmotor. Was für Dinge sind das hier? Im Galaktischen Imperium. Okay, was ist das? Tresor-Raum-Schlüsselkarte befindet sich im versteckten Krimsendorn. Uh. Ich hätte ja schon ne Idee. Das da und dann das da. Weil ich würde schon gern die Hackerin, die Expand-Quest da aktivieren. Mein Schatz ist da auch noch. Weil dann könnte man vielleicht mehr Sachen aufmachen. Lassen wir das Ganze hier mal. Ich muss bloß mal überlegen, wie ich hier rauskomme. Da vorne, ne? Nicht hier. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Verflixt. Da gibt's das Rennen. Da haben wir ja was gefunden, was der Außenseiter da gewinnt, ne? Äh, wo steht denn das mit dem Außenseiter schöpft? Nervös. Der Unfall von letzter Nacht schwirrt sicher noch in den Köpfen unserer Jockeys herum. Der ist verder. Das ist der fünfte, sechste, ne? Das ist mehr so der Außenseiter hier. Und jetzt beginnen die Vorbereitungen für das nächste Rennen. Ich hab mal die Farbe natürlich nie gemerkt. Okay, hab ich versaut. Ich dachte, der letzte Platz oder so, was der letztes Mal war, ist der Außenseiter, aber das war wahrscheinlich nicht so. Nun gut. Und wieso muss ich den Kleider verbessern? Kann ich den im Ordner verbessern? Schauen wir mal. Hallo? Wie läuft's? Nee, ich kann mir aber da nichts verbessern. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Und der sagt mir immer noch nicht, dass mir das Schiff gehört, oder? Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Bewaffnung? Uh, natürlich. Also, Betrieb. Nee, weil sonst was ja anzurechnen. Verteidigung wäre natürlich schon wichtig. Okay. Ich wollte... Hallo? Halt dich fest, Flix. Nee, ich hab Vollfahrt. Aber das ist ja Krimsen-Dornen-Versteck wieder, ne? Da können wir das mal ziemlich verkacken, ne? Vielleicht lachen die mich auch rein? Puh. Oder sind mehrere Fragezeichen? Weißt du was? Da ist er vor der... Ach so, wo ist irgendein Vieh. Die ist auch mal schon bei mir. Sind das Flatternester? Willst du nachschauen, nix? Wo ist der jetzt hingekramt? Vor der Ränder. Was treibst du da jetzt? Hallo? Na gut, ich komm ja schon. Oh, shit. Ich hüpfte aber nicht hoch. Ganz vergessen. Ich vertraue dir hier, Kumpel. Du bist der einzige Kumpel, den ich hab. Hui! Nix. Pass auf den Wind auf. Der ist echt übel. Es gibt sowas den Weg hier, ne? Gibt's bestimmte dann Schätze. Aha. Und nun? Hier hoch. Ich hoffe, das lohnt sich mehr als dieses Wurmgelee, das du mich im Kanto hast suchen lassen. Das was? Was? Hast du gefunden, was du wolltest? Neuer Sammelgegenstand. Fungelndes Metall. Und wir können ein bisschen was sammeln. Ja... Ah, hier. Finde ich froh, dass wir gut stehen wie den hier, dass wir hier ein wenig schnitteln können. Deswegen sollten wir ja auch jetzt ja hier alles absuchen, was mit denen zu tun hat. Da ist auf jeden Fall auch noch mal was. 170 Meter noch. Und das ist auch noch 170 Meter. Hallo. Das kann auch sein, dass man... Na, da brauchen wir ja. Dass man hier irgendwie ein Kartelloklauen muss, oder so. Ja. Wieso? was sagt man doch wenn ich da irgendwo nicht rein darf oder da sind immer so Pfeile dran an der Filzwand wenn man da hoch kann wo stehen aber was denn jetzt darf ich da jetzt rein oder nicht ich dachte schon einmal ich dachte schon ein aber ich hab ne Idee kann ich da nicht willst du das haben nix und zieht doch keiner das hier stehen das ist was feines nix das blöde Flussdruck muss ich auch machen dass er hinladen verkaufen aber was Daten geben ich weiß gar nicht was für Datendisks was ist das Verbesserung des Kleiders nicht genug Geld warum hab ich das vorher gekauft die Leiderplatte die bräuchte ich auch ok das heißt wir klauen hier ein bisschen was das sind Granaten oder das andere sind glaube ich Granaten ne oh das kann ich sabotieren falls irgendwie was blödes läuft hier der hört nicht auf mich Entschuldigung ich hab schon wieder vergessen mir was zu essen mitzubringen zur Tafel hinrein voll ok kann ich es gibt nichts langweiligeres Zeit für eine kleine Schauanlage ich würde die Dinge hier anders in die Hand nehmen das sollte nicht mehr lang da wie soll ich denn das anstellen ich muss meinen Blaster aufrüsten ist alles ruhig glaube ich man diese Stiefel bringen mich um ok ok was das war jetzt natürlich doof ich wollte eigentlich nicht und die lebst oder was Was? Wo kommen die hier, Alter? Was? 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 Shit, Alter! Kann die Blutmänner wirklich hinter mir raus, ey? Also ich komme rein, ich kann ein bisschen was klauen, aber ich müsste mich durchschleichen. Oder ich hätte eine andere Idee. Okay, da kann ich jetzt durch, ne? Also später keine Rolle. Nein, hier darf ich ja rein. Da klauen wir jetzt nichts. Muss ich das jetzt wieder kaufen, bitte? Ja, natürlich. Und das da will ich natürlich auch kaufen. Ich hab schon Idee. Jetzt haben wir das vorhin ein bisschen doof gemacht. Ich bin nur Dählings. Hol sie den Kumpel! Geh! Geh! Wir sehen uns! Nix! Geh in Deckung! Nix! Angriff! Nix! Angriff! Ich würde das anders machen, wie ich hör's. Sie an, Yapa-Uba! Du Sack! Ah! Ah! Halt sie auf! Wird erledigt! Ich hole sie! Kommt schon! Hier sind wir! Ah! Ah! Sporigen! Na los doch, Leute! Geht ein! Haltet sie auf! Nicht denken, schießen! Was? Was? Wo? 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 Du Arsch! Macht sie fertig! Oh nein! Meldet euch! Irgendwer! Oh nein! Wo ist sie hin? Sie ist weg! Oh! Wir haben sie abgeschüttelt! Da drüben! Da ist ein Eindringling! Ha! Ich glaube, wir haben uns bei denen verkackt! Jawohl! Aber bloß vielleicht! Wir hätten sie da drüben schleichen müssen! Wir hätten sie da drüben schleichen müssen! Natürlich kriege ich jetzt da einen Haufen Zeug nur! Ich schlüssel Karajama! Ich sollte mich mal melden! Was siehst du? Du bist der Feind, ne? Was? Ich sollte den Bericht abschieben! Oh! Ich bin in Deckung! Dann machen wir's mal auf die Habe-Tur! Erlebt dich! Ich bin in die Habe-Tur! 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 Das kann nicht sein! Kann mich jemand hören?! Kann mich niemand hören?! Oh! Das war Glück! Na ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin neugierig. Ich will wissen, was da drin ist. Seht ihr das an? Eine Jacke? Ja, mal leben. Was geht für eine Jacke? Ist da was? Da ist was. Okay, das krieg ich alles net. Ist ja klar. Aber da gibt es glaube ich noch ein bisschen was zum Sammeln. Sie haben den Händler immer abladen. Kann man den sein Zeug glauben? Natürlich nicht. Ich sehe besser mal nach. Huch, da ist einer da. Ja, das war vielleicht nicht so super. Ich weiß nicht. Da ist ein Fragezeichen. So, zieh mich mal weg. Okay, so blöd ist die. Oder? Komm ich da irgendwie runter? Oh, mach ich so ein Blödsinn. Hm. Nein. Ich glaube, das ist nicht gut hier. Ich hab keinen Eick oder wieder. verschwinden wir hier wenn wir es mit denen oder verkackt es ging schneller wie gedacht dabei wollte das gar nicht steht immer noch gut okay da müssen wir doch hier ja da war es doch ne aber nicht der schatz sondern das da ok warte mal wie müssen wir am besten fahren rund also da die straße entlang dann rechts hallo ja okay ich sehe es ja eigentlich die falsche seite recht zu merkt hier ist rechts vorgebot alles klar das war hier da müssen wir ein ein sequenzmodulator ein techniker sollte ein haben zugangsbeschränkter bin ich das dachte ich mir jetzt schon fast ich versuche da hinten rumzukommen das ist ja fitzen 4 von der techniker clown ich muss aber stehlen du bist nicht befugt hier zu sein nix da du bist aber kein techniker sehr gut der sucht mich hier die sind gar nicht immer so blöd tja das war zeitverschwendung ich muss aber stehlen oder komm ich nicht hoch oder da ist der techniker in die tasche nix der techniker hat glaube ich nichts denn da klauen wir schon mal was erschießt das kleine monster nein das monster gehört zu mir das kommt alles in ordnung aber jemand müsste mich bald mal ablösen die neuen geschütze in der basis sind ein einziges an die konfiguration ist der die 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 Das Bein hier ist eine Prothese. Das alte wurde von einer Bestie auf Duckler abgebissen. Ein Habs und weg war's. Alles klar. Hier ist nichts. Alles klar. Nix. Ein Eindringling! Das war... ne Zocke. Geht warnt. Was? Die sind sauer auf mich. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Gar nicht wahr. Verraten die niemals. Was finden Sie? Bringt Sie zur Strecke! Eliminiert. Verdächtige nationalisiert! Leck mich im Arsch. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Da war zwei der Techniker. Den habe ich nix sehen. Hey! Geh darfst du nicht hin! Oh. Oh. Irgendetwas Neues wegen meiner Versetzung zu 501. Alles klar. Nix, zeig was du kannst. Das ist Sperrgebiet. Oh Gott. Jetzt hat er mich gesehen oder was? Nimm mal den Blaster bitte. Verstanden. Verraten Sie die Verdächtige. Vorrücken! Feuer! An alle Einheiten. Die Verdächtige ist noch auf freiem Fuß und muss festgenommen werden. Nehmen Sie sie sofort fest. Kommen Sie! Wie hat er gleich mal den Kleiner kommt, ey? Haltet Sie! Macht weiter Druck! Finde ich nicht gut. lawik! Da kommt er noch n' думern. Snarr ist leer, ne? Wo ist sie? Weg! Gehen wir nix. Ayla, ich hab da einen Sequenzmodulator. Wohin damit? Wes? Gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm so weit du kannst. Wartet hier, vielleicht kommt sie zurück. Ja, vielleicht. Aber ich glaub eigentlich, wo das hier schon ist. In diesem Sektor ist eine Kriminelle unterwegs. Warte mal, hab ich ihn gesucht, Status? Ja. Aber ich knall den Wichser da oben erst mal ab. Hä? Achtung! Die Flüchtende wurde berichtend zufolge in die Organer gesichtet. Rücken Sie schnell zum Bereich vor und neutralisieren Sie sie. Siehst du was? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn ja nicht. Das ist anders, ein blöder. Vielleicht hilft das. Ist jemand in der Nähe? Blaster bereit. Wir haben eine gefährliche Kriminelle in unserem Gebiet. Da, ich lebe! Guck, sagst du mal die Prügel deines Lebens? So, jetzt machen wir den gesucht, Stau, das ist ja wieder weg. Nee, das haben wir ja voll. Die müssen wir allerdings hacken. Schwupp, 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 schwupp. Na, schau an. Dann machen wir hier... Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, wir könnten ja dich ja mal da vorne hinbasteln. Bestimmt sogar schon. Dann müssen wir bloß noch... Oh, cool. Natürlich. Was? Ach so. Gott, bin ich doof. Kredits übertragen? Gesucht, Stau, das haben wir schon mal gelöscht. So, das war jetzt hier auch der... Also, schön ruhig, Kumpel. Raus hier erst einmal aus dem Radius. Jetzt müssen wir noch draußen sein, ne? Okay. Das war das nächste Wunsch. Also, das haben wir auch, den Schatz. Was? Da rein? Uh. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal. Hoppula. Hey. Verarsch. Ich dachte, jetzt fährt er wieder weg. Ist das ein kleiner Kremlin, oder was? Das war auch versehen. Du Schöße. Wir haben keine Chance. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genau wie gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzieht. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirbt nicht dabei. Ich brauche dringender Sequenziergerät. Ich tue mein Sätze. Die hören nicht auf. Achtung, die verdächtige Hand ist oberste Priorität. Was ist hier drin gewesen? Feuer! Ja! Bereits mal! Raus los! Echt jetzt! Oh noi! Hinterher! Ich zu uns rein! Wir lassen einfach nicht nach! Äh, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt nachgegeben oder was? Achtung, Achtung! Die Bedrohung hat sich erhöht. Die Flüchtige ist extrem gefährlich. Halten mit der Saison und warten Sie auf Unterstützung. Das Pflaster wird immer heißer! Ich weiß gar nicht, wo die alle her schießen, ey. An alle Einheiten bitte melden. Die Flüchtige ist gefährlicher als zunächst angenommen. Angriff aufrechterhalten bis Unterstützung eintrifft. Das ist eine Menge Ärger! Ich höre was. Ist doch eine saumäßig blöde Idee, oder? Halt in die Position! Jemand kommt hier raus! Polipsen, oder? Seht da drüben noch! Ja, abgreifen! Sucht weiter! Zentrale, wir haben die Flüchtige verloren! Suchen Sie weiter! Sie ist zu gefährlich! Haltet die Abloch! Ich weiß nicht, wer da labert, ey. Die haben wir schon bekommen. Oh, gut gemacht. Wir haben sie abgehängt. Verstanden? Jetzt wird glaublich! Feuer! Ja! Alles gut! Dann probieren wir es damit! Was? Todestruppler wurden ausgesandt! Was? Bleiben Sie in Position und stören Sie nicht den Einsatz! Also, wo ist jetzt der Hangar? Das muss der Hangar sein! Wer? Der Hangar melden! Der Einträger hat uns abgesperrt! Öffnen Sie diese Tür! Sofort! Kann doch gar nicht die Hilfe! Ich hole eine Verstärkung! Der... Der will doch schon wieder, oder was? Was? Wer? Der Alarm! Natürlich! Bringt den Bereich unter die Rolle! Was denn jetzt? F! Bereit nichts! Ich drück noch nach unten zur Heilung! Also, ich glaub, das kann man so nicht machen. Todestruppler kommen und was weiß ich was alles! Wir sollten sich in die Basis schleichen! Das ist natürlich der bessere Weg! So durchballern ist wahrscheinlich nichts! Aber das machen wir natürlich dann in der nächsten Folge! Das war jetzt natürlich ein voller Fail! Aber wir müssen ja alles mal ein bisschen ausprobieren! Dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen! Bis zur nächsten Folge! Ciao!